Ah, jetzt haben wir alle! Haha! So, jetzt haben wir die Itz nämlich freigesetzt. Den Kammer nämlich freigesetzt für den Kartellack. Jetzt müssen wir fünf Stück umzugieren. Ok, yes. So. Mit dem wechseln wir jetzt nämlich aus. Und da oben hin geht er. Ja! So. Achso, ja, wir können gleich mal gucken. Ja, wir sind die eigene Rechnung aus und sind sicher. Zu dem Bildband von Wack. Äh. Familienfoto? Achso, äh. Ja. Äh. Äh. Also ehrlich gesagt, das sagt ja gar nichts hier. Irgendwas mit Feuer oder so. Oder dunkler Nebel. Ich weiß zwar, dass ich noch zwei Gebraucher war. Das sagt mir ganz und gar nichts hier. Okay. Ich würde mal interessieren, ob wir hier noch welche vergessen haben. Glauben wir nicht. Das waren jetzt noch andere hier. Äh. Äh. Wenn ein Draster besiegt, zum Beispiel. Wenn ein Draster besiegt. Okay. Na gut. So. 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 Dann machen wir den Abweh. Na jetzt ich. Oh, was ist es? Howard. Also die Abweh. Oh. Oh. Äh, ja. Das ist das Problem, wenn die ja so weit hier oben sind. Wie soll man die hier erwischen? Hä? Das bestimmt irgendwas wäre drinnen, was wichtig ist, was man brach oder was weiß ich. Aber ich frage mich, wie man die hier erwischen soll. Ah, Moment. Ich hätte doch einen hier gehopft. Äh. Den da auch hinkibink. Schön, da kommt doch mal Projektspalt hoch. Äh, ich müsste ihn mal so einstellen, so. So. Haben wir einen erwischt? Ja, haben wir einen erwischt. Super. So. So. Äh, nee. So. So. Wo kommt die denn her? Ach Scheiße! So! Ich kann mich nur so vorstellen. Wenn man einen von denen zerstört, dann kommt keiner von denen. Aber mir egal. Äh, so. Ich muss hier... Ja auch. Ja! Haben wir einen zerstört? Ja! Den nächsten zerstört. Gut. Das ist ja blöd. Okay, jetzt haben wir alle drei zerstört. Ja, besser. So! So! Da sind wir rein, oder? Ja, wir werden raus. Ach so, ne, da kommen wir am Anfang zurück. Jawoll! So, da steigere ich jetzt mal ab hier. Bis zur nächsten Runde, würde ich sagen. Mit Kiez. Mit Kiez. So. Dann sag ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Oh ja. Neidrat. Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Aufnahme zu Folklore. Äh, wir sind ja in Kapitel 2 bei Kiez. Kapitel 2 Lampenlicht. Die Barkadia Folklore liegt voraus. Ich spiele nicht gern das Bauernopfer, aber wenn ich siehe, finde ich rein. Genau, und das ist unsere, äh, Suche jetzt. Die wir ja mit Kiez, Kiez ist ja Reporter, äh, machen wollen oder machen müssen, so. Ich spiele jetzt ja einmal weiter. So, fragen wir ihn ja mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon alle gefragt habe, aber ist egal. Es ist seltsam, dass die Ferys in Barkadia herumspazieren, als würden ihnen der Ort gehören. Jawoll. Da wir ja die Folklore, äh, letzte Folklore besicht hatten, äh, da waren wir gerade. Da haben wir auch alles, gut. Dann fragen wir die beiden ja. Dir zu helfen ist nicht leicht. Möchtest du dir irgendetwas wissen? Ultimative Schild und Speer. Der ultimative Schild wird nur vor dem ultimativen Speer erscheinen. Da stehst du. Auf Befehl des Herrn der Ferries strömen Ferries herein. Darunter, ach, Murre, der Ferrieritter. Sie sollen einen schützen, du wirst Glück brauchen, Kiez. Okay, Maschinensoldaten. Die Maschinensoldaten sind unfassbar widerstandsfähig. Sie sind schwer zu bewältigen. Nimm dir zuerst die Rüstung vor. Okay. Da kann man freisetzen. Bestimmte Bedingungen machen die Volkssitu benutzt stärker. Zum Beispiel manche Gegenstände. Ja, das haben wir ja schon, äh, schon gut. Okay. Das haben wir ja schon festgestellt. So, fragen wir mit denen mal. Ironischerweise wurden sie durch die langen gegenseitigen Kämpfe zufolgs. Wir müssen aufpassen. Okay. Wir haben ja bereits das Wissen, äh, steht ja, äh, Kiez für die Rebellen. Und, äh, Ellen, äh, hilft ja den Herrn der Ferries. Äh, eher ungewollt, beide. So. Achso, ja, grün. Ich glaube, wir hatten... Moment, hat... So. Hat überhaupt jemanden gehabt hier für grün? Kümelis höchstens nur. Huch. Nö, das ist nicht. Ein Draste ist es auch nicht, ob wir... Nö, da haben wir keinen davon. Hier mal durchgucken. Aber klar war... Wurzel, äh, die sind ja nicht grün. Ja, von Schlag her. Von Ferry Reich. Warte mal, waren wir schon durch. War auch keiner. Nö, da haben wir keinen. Okay, da kommen wir jetzt nicht rein. Ich hoffe, wir treffen nicht noch auf irgendwas anderes, dass wir da rein müssen. So, wir haben jetzt zwei Wege. Äh, mal den, ja. Ich glaube, ach ne, ja, war auch keiner. Da war nur noch der einen Weg. Okay. So, die hatten wir ja letztens zwar schon besichert, aber wir müssen sie ja nochmal besiegen. Und wir wissen ja glücklicherweise jetzt. Autsch. Ja. Uh, ich seh nix mehr. So. Und immer drauf. Immer fest drauf. Jawoll. Und... Und... Ach. Muss mal noch nach links, rechts, links, rechts. So. 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 Und schon haben wir ihn eingesammelt. Jawoll. Wirklich nicht schlecht, da hast du recht. Ey. Jawoll. Jetzt ist halt noch der Abgut leer. Das trifft sich ja, das ist vervorragend. Äh. Das ist blöd jetzt mit der Kommerer. Ich seh... Ich seh nix. Ja, kam noch jetzt. Hubla. So. Drei auf einen Streich. Äh. So. So. Und du ärgernst mich nicht auch noch mal hier. Sonst gäb's einer hinter die Ohren. Aber wisst. So. Na komm. Jawoll. So. Einmal nix. Na. Ja. Bisschen. Ja. Bisschen schwierig. Jupp. Und raus damit. So. Ja. Haben wir doch aufgeräumt hier. Jetzt weiß ich auch nicht mal wo ich herkomme. Doch. Ich müsste glaube ich von hier gekommen sein. Genau. So. Das heißt. Entweder gehen wir da lang. Oder wir gehen. Äh. Moment. Da gibt's auch noch einen Weg. Äh. Wo kommen wir denn da hin? Acht. Wir kommen ja hier zurück. Okay. Darum hab ich mich jetzt verdauen. Etwas. Ach. Jetzt müssen wir. Ja. Gegen den Eintreten. Ja. Ja. Danke. Ja. Ja. Uh. Die stecken aber in Hafen. Nein. So. Eins. Zwei. Einmal links. Einmal rechts. Einmal links. Einmal links. Und einmal hoch. Und schon haben wir ihn. Jawoll. Okay. Dadurch haben wir jetzt den. Ja. Äh. Äh. Krieger gemacht. So. Die letzte blüEC montre aber alles so. 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 Dann vielleicht den Eintreten. Jetzt werden wir den ein. Dann wir ihn mal ein. Na komm. So. Genau. So. Also ich hab' den "'Itώρα' in Sabern. So. Naja, spring nicht zu viel rum, ich krieg dich trotzdem, ja. So, na komm. Ja, jetzt haben wir einen Zaubern, einmal links, rechts, links, rechts, oder beziehungsweise umgedreht, das ist nicht cool, aber links, rechts und hoch. Juhu, da haben wir den eingesammelt. So, von dieser Richtung hast du mal gekommen, genau. So, jetzt haben wir zwei Wege, einmal da lang und einmal da hoch. Ich werde jetzt erstmal hier lang gehen. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Ach, da sind wir da auch gut, dann gehen wir erstmal über die Brücke. Und den lässt sich jetzt mal zufrieden, ja. Den will ich jetzt erstmal nicht haben. So, ich will ja über die Brücke. Genau. So. Äh. Hier ist kein Gegner. Okay. Dann geht es jetzt einmal gerade so hoch und einmal hier lang. Ich geh ja die Treppe hoch. Oh, komm mal da hin. Ach ja. Okay. Äh. Was ist das denn? Okay. Ähm. Okay. Äh. 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 Langsam